Ja Leute, willkommen zu meinem nächsten Ace of Spaten, Space, OS, Let's Play, das ist das dritte, und wir gehen jetzt mal auf, ja, welchen Modus wollen wir nehmen? Zombie hatten wir, Classic dort, Ach, Schlange, wolle ich zuletzt behandeln, Diamantenmine ist nur einer drinnen, das meiste ist der Zombie, ja, ich würd sagen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, Team Deathmatch, oder wir nehmen, annehmen wir Flage erobern. Schnapp dir die Tasche mit den Informationen über den Feind und bring sie zu deinem Stützpunkt. Vorsichtig, der Feind versucht das gleiche. Ja und die letzten beiden Let's Plays waren ganz schön leise, wir nehmen ab auch. Weil, welche Klassen nehmen wir? Ja, weil mein Mikrofon nicht richtig eingestellt ist und so weiter, ist neu und so weiter. So. Scharfschütze? Ne, ist langweilig. Habe ich im zweiten schon. Dann nehme ich mein Miner mit der Vorderschaffrepetierflinte oder den doppelläufigen Schrottflinte. Oder die doppelläufige Schrottflinte. Schaufel und nehme ich noch Schneefräse. Ah ja. Wählen. So, das ist unser Teil. Darauf müssen wir aufpassen. Ich hole jetzt erstmal ein paar Blöcke, die ich brauche als Miner. Einfach kaputt machen. Wird nicht fehlen. Was tut das jetzt so? Was tut das jetzt so? Lalalala. Hallo. So, jetzt habe ich tausend Blöcke. Was mache ich jetzt? Ich baue mir mal einen Weg rüber. So. Jetzt habe ich einen Weg. So. So. Mal drüber. Oh. Ich werde hier nicht gekillt. So. Da kommt der Weg. Aua, jetzt habe ich mir selbst wehgetan. So. 1A gemacht. Also, man kann sich super... Ja, ich rede wenig, ne? Ja, toll, wo waren wir jetzt? Aber man kann sich 1A-Wig rüber bauen. Nananana, 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 nananana. das heißt auch gut im zombie modus für die flieger einfach alles kaputt ja ich muss auch treffen so angedockt und drüber toll jetzt bin ich eine runde gefallen und er auch nachmacher 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 hast ja keine eigenen ideen ich brauche mal steine ich brauche mal neue blöcke ich baue mal was ab in der fällig auf der weg ist auch keiner ich glaube ich mal kurz die auch keiner müssen alle tun ich höre dynamit hm was wollte er meine basis so genug stahl locker so jetzt war ich auch aus dynamit gepiepel her kam der hat sich dann weg gemeint meine 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 ich komme zu pappen ich komme zu pappen ist die 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 sind die die Aua Ein neuen Weg, ein neuen Weg, ein neuen Weg Ein neuen Weg, 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 ein neuen Weg Wer macht das kaputt? Zielen ist nicht meine Sache. Man. Komm ich halt auf ne andere Weise. Nicht ins Wasser. Das Wasser ist von zu lahm seit dem letzten Patch das letztes Mal kam. Sehr gesprächig heute oder? Ich weiß selbst nicht was los ist. Ich weiß nicht was langweilig ist. Es wird mir die Let's Plays nicht früh am Morgen um 1 Uhr aufnehmen. Nein. Ja. Ace of Space. Das ist ein Minecraft. Nicht. Nicht beißt. Nicht Space. Der Space. Sondern Space. Da hat er spart. Der ich hab. Und zwar besteht der Sinn hier drin. Andere Leute bin entspannt und zuhauen. Nein. Man. Sind viele Online-Conversions. Wird kaum was passiert. Und zwar. all andere. Ne, woher war es so. Wird kaum was passiert. Tellet ihr. Der 1 und 2. Der 2. Der 1. Der 2. Der 2. Prozent Prozent ich will dich aus Prozent das Spaß Prozent 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 und 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 so Lalalalalalalala Das ist Sniper Sniper, Sniper, Sniper Sniper, Sniper, Sniper Ne, so nett Ja, gut gemacht, Sniper ist weg So, dich brauchen wir jetzt mal Und die Healbox ist umglaubig Ja Einfach mal gucken, wo er mich hinführt Mann ist das ein hoher Turm Mann, oh Mann, oh Mann Also ich glaube, das ist auch das Besondere an dieser Waffe Was ist nicht normal, dass man hier so ein Teil bis zur anderen Basis drüber machen kann Ja, ich glaube, das geht sogar bis zur anderen Basis Ja, nicht ganz Meine schöne Brücke wird zerstört Jetzt weiß ich, warum man keine Brücken bauen soll Was immer ein schlechtes Ende hat Mann fällt immer runter Noch drei Minuten Wuhu Aua, ich hab mir selbst weh getan So, noch schnell heilen wieder Dann auch hier So Da hat schon wieder jemand einen Weg gebaut Ist das immer noch meiner Oder Ne, da hat schon wieder jemand eingebaut Aus Stücken von meinem Ich lass mich doch nicht Das killen von der Seite Wer bin ich denn? Das sieht aus über diese weißen Brücken Wer konnte sich hier nicht benehmen Also ich war's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Lalalalalalalala Noch eine Minute Da kommt das Teil So, ich wechsle jetzt meine Position Und baue es von hier weiter Aber ich muss auch treffen Da wollte mich hier jemand unterkicken Blau gewinnt Oh, ich bin grün, scheiße Ja, also das war's Bis zum nächsten Ace of Space, let's play